Eine Hasspredigerin der Single-Gesellschaft, Designerin des Schreckens, letzte freie Radikale unter den deutschen Schriftstellerinnen, die erbarmungsloseste deutsche Schriftstellerin, die Fachfrau fürs Zynische. Frau Berg, Sie provozieren die Leute irgendwie. Also vielleicht nicht, sagen Sie es richtig. Die Leute fühlen sich provoziert und ich blicke das Ganze voller Unverständnis an. Vielen Dank.